Im Tarifdschungel der Stromanbieter sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dabei wolltest du doch nur auf Ökostrom umsteigen. Aber welches Angebot ist wirklich grün und welches tut nur so? Das ist gar nicht so einfach herauszufinden. So verkaufen viele Stromanbieter ihre Tarife als grün, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Das ist natürlich blöd, da du mit deinem Ökostrombezug etwas Gutes für Klima und Umwelt tun wolltest. Deshalb haben sich die führenden Umwelt- und Verbraucherverbände zusammengetan und das Grüner Stromlabel gegründet. Die Zertifizierung wird durch unabhängige Gutachter überprüft und unser Gütesiegel zeigt dir so, welcher Stromtarif wirklich grün ist. Das heißt, wenn auf deinem Stromtarif das grüner Stromlabel drauf ist, ist auch 100% Ökostrom drin. Versprochen. Und wir garantieren, dein Stromanbieter investiert in den Ausbau erneuerbarer Energien und in nachhaltige Projekte vor Ort. Das ist gut für dich und gut für die Umwelt. Wechsel jetzt zu wirklich grünem Strom und unterstütze so ganz einfach die Energiewende. Grüner Stromlabel, das Ökostromlabel der Umweltverbände.